I get my drink on, I play ping pong with King Kong, dinner time, hear the bell ring, ding dong, got a snake bitch with a pink string on. Ja, hallo liebe Freunde und gepflegten Unterhaltungen, hier ist wieder euer Hellraiser und ich komme schon wieder mit einer Mod-Vorstellung zu euch. Und zwar sind wir in Lehndorf, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, das ist natürlich unser Privat-Umbau, diesbezüglich gleich mal in eigener Sache. Leute, respektiert die Modder und ihre Entscheidungen, mehr will ich dazu gar nicht sagen und wir können froh sein, alle, wie wir alle an einem Tisch sitzen, dass überhaupt noch jemand irgendwas rausbringt. Na, so und nun denn, genug rumgesülzt in fremden Gewässern, wir haben einen neuen Mod. Und zwar, ja bei mir ist schon wieder hier alles voll, ich glaube der war auch ziemlich weit hinten, und zwar das Autohaus für Lehndorf. Grüße gehen hier gleich mal raus an den LS-LPGs, der die Karte damals erstellt hat, quasi pur Modder. Dieses Autohaus für Lehndorf hat der Modder Adolf gemacht von den Ostmodding-Freunden und natürlich auch der Robby von den Ostmodding-Freunden. Und da gibt es nicht viel zu sagen, Gebäude, Textur, wie immer, wunder, wunderschön. Hier noch mit extra Zaun dazu, kann man sicher platzieren und modisch gestalten, wie man dann gerne möchte. So, gehen wir mal rein. Hier, Service-Funktion oder beziehungsweise Werkstatt-Funktion, schöner Trabant 601 und zwei Barkas-Modelle. Haben auch schöne Kollisionen, kann man nicht drin rumbacken, alles gut. Hier, Büroraum, kann man sich selber dekorieren, wie man möchte. Wir haben uns am Anfang gedacht, ja, man könnte irgendwie Büro reinstellen, Stuhl, Tisch, bla bla bla. Nö, kann ja jeder selber machen. Kann ja jeder selber dekorieren, wie er möchte. Dann gehen wir gleich mal zu einer, wie ich finde, genialsten Sachen dazu. Sprühen wir mal ein bisschen vor, die Zeit vergeht. Und zack. Kommst du auch nicht mehr rein, ne? Das Gebäude ist mit Öffnungszeiten versehen. Ansonsten, wenn es dunkel wird, schöne Beleuchtung für die Fahrzeuge. Ein Mann frei. Ja, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Und da brauchen wir noch nicht viel zu erzählen. Ein, wie gesagt, platzierbarer Mod gibt es dann bei uns, Osttechnik-Freunde LS19, stellen wir euch zur Verfügung. Kann sich jeder aus seinem Lehndorf klatschen, wie er das gerne möchte, wohin er das gerne machen möchte. Und wir wünschen euch viel Spaß damit, mit unseren Mods, die wir hier euch so zur Verfügung stehen. Es wird nicht der Letzte gewesen sein, das ist auf jeden Fall klar. Wir hauen raus wie Brötchenbäcker. Gut, das war es dann schon wieder von meiner Seite aus. Ziemlich kurz gehalten. Ich bin raus, euer Hellraiser. Untertitelung des ZDF, 2020